Durch das, dass ich es gelesen habe, online und in diversen Printmedien und ich habe einen Job gebracht, wo ich meinen Urlaub planen kann, weil ich eine Tochter habe, die nicht in Österreich lebt. Da war die Idee mit der ÖBB und habe mich beworben und in alle Instanzen durchgegangen und bin dann genommen worden und seit 2008 nicht Zug begleitet. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass man viel herumkommt, vieles sieht. Mit der Zeit hat man das schon alles gesehen. Sie ist eigenartig. Man wird ja schon oft fotografiert im privaten Kreis, aber jetzt dann wirklich zu stehen und sich in Pose zu stellen und permanentes Lächeln aufzusetzen, das ist schon ein bisschen schwierig. Aber auch sehr beeindruckend, das ganze Drumherum bei so einem Shooting, das ist für mich sehr beeindruckend gewesen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.